Wir machen das so und der haut uns ja jetzt Energie hier ins Netz. Das ist ja nicht mehr feierlich. Rein theoretisch. Gleich schauen wir uns 100 Einwohner. Komm mal fertig, Alter. Hier. Energie Sparmodus hat das Ding reduziert. Der hat den Verbrauch von Zorium um 39% verringert, aber die Erzeugung von LTC um 50. Ja, aber so viel macht der nicht. Ah doch jetzt. Ist das alles? Wenn ich jetzt hier... Warte mal, wo war das denn? Erdgeschichtsmuseum. War das nicht, glaube ich, das Ding, um diese Mission hier zu erledigen? Warte mal, dann waren wir nochmal in... Das finde ich so nett. Nee, bei dem Zorium-Reaktor will ich das auch nicht. Ähm... Hier hinten eigentlich. Passt du da rein? Nee, natürlich nicht. Hm. Ist aber auch eng hier, ne? Und die stehen jetzt hier auch blöd. Und du? Bist schon alle? Nee, kann ja nicht sein. Wenn ich jetzt hier... Wenn ich jetzt hier... Erdgeschichts... Blockiert... Wieso bist denn du da blockiert? Alter. Warum ist der da blockiert? Ist schon wieder der Winter da. Das heißt, du gehst auf... Minimal. Da haben die anderen mehr. Ich bin ja ein Referendum. Apropos Referendum. Das kann ich nicht auswählen. Achso. Ähm... Ja, aber... Das sieht ja auch blöd aus, oder? Ah, ich setze das mal dahin. Baut mir das Ding mal. Schauen wir mal an, wie schnell... Hui, okay, die brauchen lange. Okay, die brauchen lange. Es sind auch nur drei. Drohnen, die kommen von hier. Machen wir mehr Effizienz. 100% Effizienz. Effizienz. Bringt eigentlich gar nichts. Aber guckt mal, wie unser Essen da runter geht. Deswegen... Machen wir hier auf normale Priorität. Ähm... Wie sieht das bei dir aus? Du hast normal. Und... Du hast... Ja, nur 50%. Ja. Oh, das reicht noch. So lange ist der Winter nicht. Im Sommer ist ja dann hier der... Unser Feld hier. Die machen ja jetzt gar nichts. Es ist ja Winter. Ist ja Winter. Komm, machen wir fertig das Ding. Die Bau... Wie ich hier baue, sieht natürlich nicht so schön aus. Aber für die erste Mission... Kampagne kann man das mal machen. Was machst du eigentlich hier? Wie viel braucht der? Sieht man jetzt gar nicht. Man kann auch hier irgendwie... Komm mal her. Hier, du kommst mal her. Misau, Watson. Zufriedenheit bei Euver, was ist denn rum? Aktuelles Ziel. Wo willst denn du hin? Im Huff? Nö. Was hast du eigentlich für einen Problem? Luftqualität, Arbeitsweg... Ah, ja, ja, da... Aber eigentlich der liebe Arbeitsweg. Apropos Luftqualität. Wie gut, dass wir die Luftqualität gerade verbessern. Gewinne ein Referendum. Hab ich das jetzt einfach weggeklickt, oder was? Gewinne ein... Ja, das ist mir schon klar. Hier, hier Referendum. Eine neue Freundin hat vorhin. Die Bürger werden am Ende der Jahreszeit Winter wählen. Du hältst am Beginn der Jahreszeit Umfang an die Höhe. Nach dem Winter. Das ist dann da. Mhm, mhm, mhm. Verzogene Wohnungen, heißt das übrigens. Nahrungsmenge. Grenzwertig. Zwölf pro Kolonist. Grenzwertig. Spinnt ihr? Ein Erdgeschichtszentrum. Was will er denn eigentlich noch von mir? Energiehammer und sind frei, um alle Zuschauer zu abonnieren. Achso, der will die Chemieanlage. Ja, ja, ja. Der will die Chemieanlage. Energiehammer. Ich will mir nochmal hier anschauen, das Overlay der Luft. Okay, Overlay der Luft haben wir Drohnen. Overlay ist auch okay. Elektrizität passt. Arbeitswege. Das ist eine gute Nachricht. Deine Bürger sind glücklich mit deiner Leistung. Und ich denke, du hast eine gute Chance, die wir mit diesem Referendum zu arbeiten. Ja, das ist mir schon klar. Die Chemieanlage sieht okay aus. Behaupte ich jetzt mal. Aber was ist ja nicht, deswegen... Komm. Mehr Polizei auf den Straßen. Energie haben wir eigentlich noch? Na, Nieten haben wir nicht wirklich viel. Ja, der Heini da hat jetzt viel gekostet. Kommst du da lang? Nee. Scheiße. Ja, geil, Omad. Hm. Kann ich doch wieder abbauen? Ja. Hier war das halt mit den Arbeitswegen. Komm mal da rum. Warte mal. Ja, hier ist halt, ne? Jetzt. Ist halt weit. Unser Wohnkapazität ist bei 140. Dann geht nichts mehr. Ich denke, du bist auf der Weg, um dieses Referendum zu gewinnen. Ja, das werden wir auch als Gewinn. Aber hier ist das Feedback, das ich von deinen Bürgern kompiledet habe. Das ist ein bisschen blöd gebaut, wie so ein Schlauch. Aber dann kann man hier, kann man nicht lang, da kann man nicht lang. Hier kann man vielleicht auch ein Haus hinbauen, dann. Sag mal her, komm. Gehen wir hier so ein Stück da lang, bitte. Kann man da ja mal hinsetzen. Wie sieht das aus? Da kann man ja noch, was kann man ja hier mal hinmachen. Ein Krankenhaus. Noch vor dem Referendum schnell ein Krankenhaus. Und während des Sommers reicht unser Essen nicht aus. Dann muss man mal aufpassen. Was ist denn jetzt los? Jetzt wird es dunkel, oder wie? Hier ist das Krankenhaus. Nutze Nanomedikamente, nutze Seuchenimpftopfe. Apropos Impfgelumse. Äh, die Forschung ist fertig, ne? Keine Forschung. Wer braucht denn hier? Die brauchen Chemieanlage. Ich will aber dieses Brot. Ja 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 ist in Ordnung. Kategorie Verstärker herstellen ja. Aber was soll ich bauen? Diese Brotfabrik ne? Wo war das denn? Fakten nein. Wo war denn diese blöde Brotfabrik? Chemieanlage? Ach Mühle. Brotfabrik. Mühle. Ist auch wieder weit weg, weil hier machen wir ein Wohnhaus hin. Hui. Voll. Oh-oh. 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 Schau. Oh-oh. Wie kommen die wieder da nicht lang wegen dem Nachschub ... Beauftragte hat eine Nachschubkapsel ... Wo ist die? Hier oder was? Oh oh. Das sind jetzt 14 neue. Ja, da müssen wir aufpassen. Die sind noch gar nicht aufgerüstet. Das ist unsere Nachschubskapsel. Achso, die Doktor an oder was? Du kannst sie auch recyceln. Ah, okay. Alles klar. Ich will aber hier ein Habitat hinsetzen. Guck mal, wie schnell das Essen nach unten geht. Oh oh oh. Oh ja, ja. Hohe Priorität. Hohe Priorität. Müssen die Leute mal mit mir schaffen. Zack. Zack. Immerhin, immerhin. Obwohl. Seh da. Schaffen. Ja, du willst immer noch die Chemieanlage, ne? Die brauchen wir jetzt aber nicht. So. Ha. Stress hier. Wollten Stress. Okay, wie das weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.